Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Herzlich willkommen zunächst in Aquion Fast Shortcut Sendung. Und zwar, Leute, wir haben mal wieder ein Highlight. Da oben seht ihr Aquion Flaschen für 7,70 Euro mit basischem und gefiltertem Wasser. Ihr fragt euch jetzt, was ist es? Leute, das ist ein Gerät, das die Zukunft wie kein anderes in Sachen Trinkwasser verkörpert. Und zwar rede ich von einer Trinkrevolution in diesem Kontext. Und zwar, was ist der Fall? Das deutsche Trinkwasser ist enorm belastet. Und diese Belastung finden sich alle in unserem Wasser wieder. Das heißt, das Wasser, das wir aus dem Hahn bekommen. Genauso wie das Wasser, das wir aber in Glasflaschen abgefüllt kaufen. Genauso findet sich das Wasser in allen Nahrungsmitteln, die wir essen. Denn wir kochen ja auch mit diesem Wasser. Und deswegen bin ich schon vor einigen Jahren auf die schlaue Idee gekommen, mir so ein Aquion Filtergerät anzulegen. Und testet es hier seit drei Jahren. Und muss sagen, ich habe sehr nationelle Erfolge damit erzielt. Und ihr könnt es jetzt auch, indem ihr euch einfach mal so eine Flasche abholen kommt. Und die könnt ihr natürlich auch behalten, die Flasche. Also das ist im Preis inklusive. Wir sehen uns. Und da bin ich schon Teil 2 von der Aquion Sendung. Und ihr seht hier in diesem Wasserfilter, Ionisierer und Vitalisierer. Ja, weil ich habe da noch ein Grander Wasserbelebungssystem herangeschlossen. Und ihr könnt jetzt hier oben euch mal so eine Flasche auffüllen kommen. Und das mal testen, probeweise. Und zwar jetzt nur kurz zu den Hintergrundinformationen, was heute im deutschen Trinkwasser alles ist. Ich habe das mal aufgeschrieben, weil ich recherchiere immer sehr gerne. Und da drüben seht ihr meine Bücher. Ja, ich habe zwei Bücher geschrieben hier drüben. Seht ihr die da hinten? Und zwar, also Hormone, Fäkalienrückstände, Arsen, Mikroben, Röntgenkontrastmittel, Pestizide, verschreibungspflichtige Medikamente. 70 Prozent, Leute, der Medikamente, die wir einnehmen, kommen im Urin wieder raus und kommen dadurch ins Trink- und ins Grundwasser, ins Leitungswasser und alle anderen Wässer, die wir so trinken. Natürlich auch in die Pflanzen. Medikamente in Wechselwirkung, Antibabypille, Schlafmittel, verschiedenste Drogen. Ja, Leute, wir nehmen auch so Sachen wie Schmerzmittel, chemische Drogen, Psychopharmaka, Betäubungsmittel, aber auch alles andere, was den Urin verlässt. Hinzu kommen ganz bösartige Dinge wie Roundup, Glyphosat, Nitrat, Schwermetalle, Umweltgifte, Rost und, 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 Asselreste. Also Leute, unser Wasser ist in einem ganz kritischen Zustand. Es wird unterbrochen. Ich setze nochmal an und zwar bei Schlafmittel, Schmerzmittel, chemische Drogen, Psychopharmaka, Betäubungsmittel, aber auch alles andere, was über den Urin rauskommt. Ja, und natürlich ganz üble Sachen wie Roundup, Nitrat, Glyphosat, Schwermetalle, Umweltgifte, Rost oder sogar Uran. Ja, Leute, gebt mal, bitte, wenn ihr hier in Frankfurt wohnt, gebt ihr Uran, Trinkwasser ein und dann guckt ihr mal, was für wunderbare Artikel da rauskommt. Von keinen Verschwörungszeitschriften, sondern von ganz normalen Zeitungsartikeln und hier und, 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 Apothekenzeitschrift und, und, und. Deswegen, Leute, probiert es mal aus, macht mal eine Monatscour, einfach nur mit sauberem Wasser und merkt allein schon dadurch, was sich euer Leben verändert. Ihr könnt es hier euch, wie gesagt, abholen kommen, 7,70 Euro Flasche inklusive und ihr kriegt hier gefiltertes Wasser, das überprüft wurde. Und gleich in der nächsten Shortcut-Sendung sage ich euch nochmal ganz genau, wieso dieses Wasser so sauber ist, wie das, ja, sag ich mal, verifiziert werden konnte und wieso es eure Lebensqualität so dermaßen steigern wird. Wir sind wieder im Himmel auf Erden und wir haben das Glück, dass wir hier fantastisches Wasser haben. Seht ihr diese wunderbaren blauen Flaschen, ja, die schützen das Wasser, das wir mit diesem Aquion abfüllen, vor Lichteinflüssen und wenn ihr sie bis ganz oben mit Wasser voll machen lasst, dann auch vor Oxidation. Ja, Wasser sollte immer in Bewegung sein und wenn es steht, dann zumindestens nicht mit Sauerstoff reagieren. Wieso ist das Wasser vom Aquion so gut? Da habe ich hier mal einen Laborbericht zum Aquion Hochleistungsfilter euch rausgesucht. Der ist seitenlang und ist, ja, den könnt ihr hier jetzt, den könnt ihr bei mir, wenn ihr komplett, wenn ihr hier in den Laden kommt, und könnt ihr den komplett einsehen, was das Gerät alles rausfiltert. Und das ist CLA in Darmstadt, eine unabhängige Organisation, die das überprüft hat, ja. Also das ist keine Eigenwerbung, die da gemacht wird, sondern ein wirklich unabhängiges Unternehmen. Und das Wasser filtert, ja, es renaturiert, weil ich habe so einen Grander Wasserbeleber, habe ich noch eingebaut für 800 Euro. Es aktiviert, wird extrem basisch und es verringert die Clusterstruktur. Und was das mit euch macht, erkläre ich euch gleich. Ihr fragt euch bestimmt, wieso ihr dieses extrem gesunde Wasser trinken solltet und wieso ich alle meine Sprossen damit ziehe. Wieso mache ich meine Alfalfa-Sprossen, meine Mungbohnen, meine Süßlupinen und all das Zeug, mein Buchweiz, mein Heiligen und natürlich meine Pflanzen. Wieso wässere ich sie alle mit diesem Aquionwasser? Also Fakt ist erstmal, haben wir jetzt rausgefunden, das Wasser ist lupenrein, es ist sauber, es ist veredelt und es ist revitalisiert, renaturiert. Das heißt verwirbelt, ja Leute, diese Toruswirbel formen und dieses durch Wendelrohre führen, energetisiert das Wasser und restrukturiert das Wasser. Das führt dazu, dass das Wasser zellgängiger ist, besser bioverfügbar, wir das Wasser förmlich aufsaugen. Das heißt, unsere Haut wird besser, unser Gewebe wird besser durch Stute, aber wir entgiften auch besser. Und das ist in der heutigen Welt ein ganz, ganz wichtiger Fakt, deswegen lade ich euch alle nochmal jetzt ganz herzlich dazu ein. Folgt mir auf meinem YouTube-Channel, weil da habe ich mehrere Videos dazu gemacht zum Thema Aquion, zum Thema Wasser und da werdet ihr alle Hintergrundinformationen haben. Und wenn ihr es einfach mal schmecken wollt, kauft euch so eine Flasche hier für 7,70 Euro. Wir sehen uns Leute, macht's gut. Ich bin nochmal in der letzten kurzen Sendung hier, weil mich das Wasser einfach fasziniert und weil ich gerade noch schrecklichste neue Rechercheinformationen zum Thema Leitungs- und Flaschenwasser herausgefunden habe. Und zwar wird der Grenzwert von der Pille um das tausendfache überschritten und es ist zugelassen. Die Grenzwerte werden von Jahr zu Jahr hoch gesetzt, aber das hat nichts damit zu tun, dass das Wasser irgendwie weniger schädlich wäre. Ganz im Gegenteil, das Wasser ist vergiftet, das wir trinken und dementsprechend sind wir geistig auch stark retardiert. Ja, unsere Gehirne funktionieren nicht mehr. Habt ihr euch mal gefragt, wieso immer mehr Leute immer vergesslicher werden? Wieso wir irgendwie, sag ich mal, abbauen, wieso Krankheiten wie Herz-Kreislauf-System-Erkrankungen, Krebs, Diabetes und so alle auf dem Vormarsch sind? Entzündungserkrankungen, all das hat mit schlechter Wasserversorgung zu tun. Denn auf molekularer Ebene bestehen wir zu 99,9% aus Wasser, 99,3% und der Rest aus, ja, elementaren Mineralien. Und all das bekommt ihr, wenn ihr hier vorbeikommt und natürlich noch eine Beratung, wir sehen uns in der nächsten Sendung. Eine erschreckende Information und gleichzeitig eine positive natürlich noch hinzu und zwar im heutigen Flaschenwasser. Also wenn ihr in Rewe geht oder sonst so in die Trinkhalle und ihr holt euch Wasser zum Trinken aus der Flasche, erstmal steht das Wasser, das heißt es ist grundsätzlich tot, deswegen wird es probiert mit Kohlensäure zu aktivieren, was nichts mit Lebendigkeit, sondern mit Übersäuerung zu tun hat, weil Kohlensäure eine Säure ist. Dann ist dieses Wasser nur auf 15 verschiedene Toxine geprüft, 15 Chemikalien, Umweltgifte und sonstige. Und die Grenzwerte überschreiten sogar noch die im Leitungswasser, deswegen wird immer gesagt, im Leitungswasser seid besser. Das Leitungswasser wird auf 50 verschiedene Werte geprüft, was auch schlecht ist, denn in unserem Wasser, und jetzt passt auf, von 2000 gefährlichen Stoffen können die deutschen Kläranlagen 50 rausfiltern, weil sie für alles andere nicht konzipiert sind. Deswegen Leute, kommt hier vorbei, holt euch dieses Aquion Flaschenwasser, die Trinkrevolution, der Königsweg der Wasserveredelung und natürlich königliche Beratung hier bei der Rokosteria, Leute. Macht's gut. Ich bin gerade mal wieder dabei, einen genialen Coups vorzubereiten mit meinen Kollegen vom Aquion Team. Ihr wisst, ich vertreibe jetzt seit geraumer Zeit in Aquion, einen Wasserfilter und Ionisierer der Extra-Klasse, der das Potenzial hat, eure Lebensenergie maßgeblich zu steigern. Jetzt wird das Ganze kombiniert mit diesem Hightech-Mixer. Und da muss ich einem von euch da draußen wirklich mal Dank aussprechen, weil ich hatte in meinem Smoothie-Workshop-Video darauf hingewiesen, dass ich sehr unzufrieden bin mit dem Service von Vitamix und dass diese Vitamix-Leute zwar ein super Gerät haben, aber es heutzutage auch andere Hersteller gibt. Und da wurde mir dieser empfohlen, jetzt habe ich den mal probiert und er scheint wirklich fantastisch zu sein. Ihr werdet jetzt nochmal von mir einen kleinen Härtetest hier ausgesetzt werden in der Rohkosteria und dann werde ich wahrscheinlich ein Produkt daraus schüren, was euch alle begeistern und faszinieren könnte. Und zwar folgendes. Wir werden diesen Mixer hier anbieten in Kombination mit einem Aquion-Gerät und gleichzeitig einer Smoothie-Kur von mir. Weil viele haben mich nach meinem Smoothie-Workshop gefragt, ey, macht doch sowas, dass ich das auch mal zu Hause umsetzen kann, so ein Paket oder welchen Mixer soll ich mir holen. Leute, wir sind auf eure Fragen eingegangen, wir machen uns Gedanken und wir wollen euch ein Produkt bieten, was alles gleich mitbedacht hat. Wie zum Beispiel noch dieser kleinen Tasche hier, mit der ihr dann die kleinen Flaschen, die ihr auch mitgeliefert bekommt, mit zur Arbeit nehmen könnt. Das heißt, wir haben mal wieder ein Premium-Paket, ein 360-Grad-Allround-Paket, ein Rundum-Sorglos-Paket, wie ich das nenne. Und in dem werdet ihr ganz detailliert die Infos bekommen, was ihr in die Smoothie reinmacht. Und ganz wichtig, das Wasser, das ihr dazu benutzt, kriegt ihr dann aus eurem nie gelangenen Aquion. Und jetzt hört mal zu, Forschungsergebnisse zeigen, dass wenn wir Aquion-Wasser benutzen, um darin unser Obst und Gemüse einzulegen, dass der Redox-Wert, die antioxidive Fähigkeiten dieser Lebensmittel zunehmen. Das wurde auch gemessen. Das könnt ihr alles in dem Buch nachlesen, richtig? Und zweitens, also ein wichtiger Fakt, das heißt, die Sachen werden wieder renaturiert. Sie bekommen mehr Basizität, sie bekommen mehr Lebensenergie. Ein anderer ganz wichtiger Fakt ist, Leute, wir sind alle vergiftet von Pestiziden, wie Glyphosat, das ist mittlerweile in aller Munde. Doch was sind die Mittel, die wir dagegen haben? Dieses Wasser, also aus diesem Filter hier, hat das Potenzial, diese fettlöslichen Pestizide von dem Obst und Gemüse abzuwaschen, indem wir es fünf Minuten darin einlegen. Und das werdet ihr sehen. Nehmt mal das Obst und Gemüse, bevor ihr es dann in den Mixer tut, und legt es da ein, so wie wir es in diesem kleinen Heftchen beschreiben werden, das wir erstellen werden. Und ihr werdet sehen, was da alles drauf ist. Und dann sind die Gifte nicht mehr in unserem Körper, sondern wurden von dem Wasser rausgelöst. Leute, ihr seht, wir kombinieren hier mehrere neueste Technologien, um euer Leben immer besser zu machen. Ich hoffe, ihr kommt schon bald in den Genuss. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ihr wisst schon mal, was euch bevorsteht. Wird mich spannend, wenn ihr mir jetzt schon mal einen Daumen hoch lasst und hier bei der Rukasterie vorbeikommt. Bis zur nächsten Sendung, Leute. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit und Kraft habt, besucht uns doch in der Rukasterie in Frankreich. Lasst euch kulinarisch verfügen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und bestellt euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurs an oder bestellt euch einen rohen, veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel-Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmschülung und entspannt euch auf der Serra Gym Infrarot-Liege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkroten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann, 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 dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkte und Anwendungen findet ihr unten in der Infobox. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.